Wir haben die Schnauze voll. Ich glaube, das Motto sollten wir beibehalten für die nächsten Demonstrationen und uns mit allen möglichen Leuten, die gegen diese Regierung sind, die gegen diese Ampel sind und die Ampel zum Abtanken zwingen wollen, sollten wir sagen, wir haben die Schnauze voll. So. Wir haben die Schnauze voll. Ja, wunderbar. Frank. War ein wunderschöner Abschluss der heutigen Demonstration des heutigen Spaziergangs. Damit schließe ich den Spaziergang, die Demonstration um 20 Uhr und 30 Minuten. Vielen Dank.